Josef Anton Koch war ein österreichischer Maler der Biedermeierzeit. Leben Koch war ein Tiroler Häuslersohn, der sich seine frühesten künstlerischen Schritte selbst beibrachte. Eine erste Ausbildung erhielt er in Augsburg, wo er der Werkstatt des Bildhauers Ignazengal angehörte. Anlässlich seiner Firmung 1785 wurde er vom Fürstbischof von Augsburg Clemens Wenceslaus von Sachsen mit einem Stipendium ausgestattet. Damit konnte er als Schüler die Hohe Karlsschule in Stuttgart besuchen, wo er eine umfassende künstlerische Ausbildung erhalten sollte. Jedoch sympathisierte Koch ab 1791 mit den Ideen der Französischen Revolution, so dass er wegen politischer Verdächtigkeit verhaftet und von der Schulleitung mit der Relegation bedroht wurde. Er kam der Sanktion zuvor und verließ die Schule ohne Abschluss. Aus dieser Zeit stammt Kochs Karikatur auf die Kunstpraxis an der Hohen Karlsschule. Koch schloss sich einem Kreis von Jakobinern an erst in Straßburg und 1792 in Biel in der Schweiz. Seine langen Wanderungen durch die Alpentäler fanden in seinen späteren Landschaftsbildern ihren Niederschlag. 1794 war es Koch mit einem Stipendium seines Metzens George Nord möglich, nach Italien bis nach Neapel zu reisen. Er besuchte 1795 Salerno und Pestum und ließ sich schließlich in Rom nieder, wo er bei dem deutschen Klassizisten Asmus Jakob Carsten studierte, an dessen Figurenkompositionen er sich in seinen eigenen Bildern anlehnte. Im Umkreis von Carstens begegnete Koch unter anderem auch dem dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen, mit dem er sich befreundete. Seit 1797 betätigte er sich als Zeichner und Radierer und illustrierte Werke Homers und Shakespears. Nach einem Aufenthalt in Wien kehrte Koch nach Rom zurück und wurde zu einer der herausragenden Persönlichkeiten im Künstlerkreis der Lukasbrüder, die später unter der Bezeichnung Nazarener bekannt wurden. Dieser Kreis von jungen Künstlern, darunter Peter von Cornelius, Josef von Führig, Friedrich Oferbeck, Franz Pfor, Wilhelm von Schadow, Julius Schnor von Carolsfeld und Philipp Veit, scharte sich bald um Koch und orientierte sich künstlerisch an ihm. Koch widmete sich auf Anregung des Malers Gottliebschick, den er von der Hohen Karlsschule her kannte, seit ca. 1803 zunehmend der Ölmalerei, worin er sich an den französischen Vorbildern Nicolas Poussin und Claude Loré orientierte. Ab 1803 begann Koch die nähere Umgebung Roms zu erkunden, begleitet wurde er dabei von seinem Kollegen Johann Christian Reinhardt. Friedrich Olivier und Franz Horni wandelten später auf denselben Spuren. 1806 heiratete Koch die gleichaltrige Cassandra Ranaldi. Mit ihr hatte er drei Kinder, der berühmte Architekt des 19. Jahrhunderts. Getano Koch ist ein Nachfahrer Josef Anton Kochs. Der Maler Johann Michael Wittmer wurde sein Schwiegersinn. Peter von Cornelius übertrug ihm Teile der Ausmalung des Casino Massimo, wo Koch von 1824 bis 1829 an einem Zyklus von Fresken zu Dantes göttlicher Komödie arbeitete. Bis an sein Lebensende Malte Koch blieb aber trotz künstlerischer Anerkennung arm. Nur wenige Wochen vor seinem Tod setzte ihm Kaiser Ferdinand I. von Österreich eine großzügige Rente aus. Im Alter von 71 Jahren starb Josef Anton Koch am 12. Januar 1839 im Palazzo Galopi in der Nähe der Quattro Fontane. Seine letzte Ruhestätte fand er im Vatikan auf dem Camposanto Teutonico neben dem Petersdom. Josef Anton Kochs Spätwerk ist gekennzeichnet durch die eigentümliche Verbindung figuraler Komposition mit großen Landschaftspanoramen. Die Flächen sind scharf konturiert und in klaren, leuchtenden Farben gehalten. Bei aller Detailgenauigkeit ruht das Schwergewicht auf der harmonischen Komposition der Alpen- und Latiumlandschaften, wobei die idealisierende und mythisierende Absicht unverkennbar ist. Das 1805 bis 1811 entstandene Bild der Schmattrebach-Fall gilt in der Fachwelt als Beginn der Darstellung einer Gebirgslandschaft. An sich das Thema Landschaft wird bildwürdig und nicht bloß als Bildhintergrund verwendet. Es geht jedoch noch nicht um das genaue, topografisch richtige Festhalten der Natur, sondern es wird eine heroische Landschaft dargestellt. Eine konfliktfreie Welt, die Einheit von Natur und Mensch. Hinter diesem neuen Bildthema steht auch eine Neuorientierung der Gesellschaft. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebirge noch als etwas Bedrohliches angesehen. Erst im 19. Jahrhundert begann der Alpen Tourismus. Werke Karikatur auf die Kunstpraxis an der Hohen Karlsschule 1791 Teil aquarellierte Zeichnung 35 cm x 50,1 cm. Wasserfall 1796 Hül auf Leinwand 100 x 75 cm. Landschaft mit dem Dank Hopfer Noirs um 1803 Hül auf Leinwand 86 x 116 cm. Landschaft mit Ruth und Boas 1803 Hül auf Leinwand 87,6 x 116,5 cm. Heroische Landschaft mit Regenbogen 1804 1.815 Till München Neue Pinakothek. Die Ruinen der Kaiserpaläste in Rom 1804 Hül auf Leinwand 56 x 81 cm. Heroische Landschaft mit Regenbogen 1805 Hül auf Leinwand 118 x 114 cm. Das Kloster San Francesco im Sabiner Gebirge in Rom 1812 Hül auf Holz 34 x 46 cm. Wasserfälle bei Subiaco 1813 Hül auf Leinwand 58 x 68 cm. Tiber Landschaft bei Aquaeisatosa 1814 Hül auf Holz 47 x 58,5 cm. Das Berner Oberland 1815 Hül auf Leinwand. Landschaft mit dem Heiligen Martin 1815 Hül auf Holz 54,5 x 47,5 cm. Landschaft mit den Kundschaftern aus dem gelobten Lande 1816 Hül auf Leinwand 73,5 x 99 cm. Das Haslittal bei Meiringen 1817 Hül auf Leinwand 101 x 134 cm. Freschenzyklus Casa Massimo in Rom 1817 bis 27. Der Landsturm im Jahre 1809 um 1820 Hül auf Holz 56 x 74 cm. Der Schmattrebach-Fall 1821,22 cm. Blick auf Ollevano mit Hirten und Selbstbildnis 1823 Hül auf Holz 35,3 x 47,7 cm. Landschaft zwischen Civitella und Ollevano 1823,24 cm. Die Serpentara bei Ollevano 1823,24 cm. Das Wetterhorn von der Rosenlauiers 1824 Hül auf Leinwand 94 x 83 cm. Landschaft nach einem Gewitter um 1830 Hül auf Leinwand 76 x 103 cm. Landschaft mit Mecbeth und den Hexen 1835 Hül auf Leinwand 81 x 122 cm. Landesmuseum beim Großbrand des Glaspalast München wurden zerstört. Landschaft mit Beiliem Landschaft mit Sankt Georg der Grimselpass. Guido da Montefeltre vom Teufel erfasst. Wasserfall bei Tivoli. Landschaft bei Ollevano. Die Kastatzellen von Tivoli. Berner Oberland. Landschaft.